Wie geht es hier auf? Kann ich rauslassen oder muss es drin bleiben? Herr Castro, wie geht es auf? Was film ich das? Das kommt übrigens in YouTube, Herr Castro. Hast du einen Gips? Komm. Das war jetzt ein anderer. War es Friede? Was heißt Friede? Er war jetzt Friede. Ja, ich meine das Sie. Das ist aber so ein Abstrenger. Das ist doch giftig. Das ist ein extra Zierding. Jungs, das kann man schon abschnecken. Okay. Wie er ist geschüttelt. Aber es wird wieder besser, oder? Darum kann er wieder raus und Mäuse fangen und so. Na Castro, das ist heute Abend ein Film für dich. Für YouTube. Das ist heute Abend auch noch in YouTube rein. Der hat kein Hunger mehr, Mama Castro. Das ist halt, wenn Katzen rausgehen. Papa, der hat ja eigentlich gegessen, letzten Tage. Nicht, oder? Ja. Marinareta braucht mich am Montag, am Sonntag. Guck mal. Was hat er denn? Ja, wieso? Er tut seine Schuhe vor, schütteln? Ja.